Moin Leute, es ist Zeit, wir schauen uns einmal den guten Sukuna an, das Free-to-Play-LD-Net5, was man ja jetzt aus der Kollabo bekommen kann. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und gucken einmal, ob der wirklich genauso gut ist wie in dem Anime. So, und anhand seiner Fähigkeiten dachte ich, ist wahrscheinlich der idealste Einsatzort, an dem wir den nutzen können, eventuell Necropolis ab Grundhart. Vielleicht ist das so ein bisschen das, wo Konto alles drauf hinarbeiten will, noch mehr Free-to-Play-Lösungen zur Verfügung zu stellen? Vielleicht, weil er hatte sehr viele Multi-Hits oder kann es haben. Dementsprechend habe ich ihn hier mal reingeworfen und ihn ausgetauscht gegen normalerweise Astar. Wir spielen das jetzt hier mit Abigail auf dem typischen Gewaltbild, dann hier natürlich mit einem Ikaru, der genug Defense hat, damit er hier teamuppen kann mit Defense, Defense, Defense Prozent. Einen Raok hinten dran noch, der hier auf Attack, Crit, Damage und Attack ist. Und dann kommt jetzt Sukuna und der ist hier auf Attack, Crit, Damage und Attack Prozent. Ihr habt mitgekriegt, zu den Standard-Runen, die er normalerweise hat, habe ich die Slot-2-Rune ausgetauscht und ein bisschen was gegrindet. Also ein bisschen was muss man dann noch ein bisschen verändern, dass der auch auf 100 Crit-Rate kommt. Die braucht ihr hier nämlich, das ist aktuell der Bild. Und dann habe ich noch einen Shaman rangebracht, der ja mittlerweile Free-to-Play ist, Gott sei Dank. Und der ist auf Attack, Crit, Damage und Attack. So geht es einmal rein und dann habe ich euch mal so ein paar Dungeon-Runs schon aufgenommen und die schauen wir uns jetzt einmal an. Rein in den Necro-Bereich startet Abigail jetzt mit der dritten Fähigkeit. Das Ganze läuft jetzt im Auto-Modus durch und Sukuna cleart hier recht zügig durch. Also hier sieht es schon mal echt gut aus. Also Sukuna macht hier quasi nicht viel anders als die Astar, die man hier normalerweise reinstellt. Aber ich glaube, der große Unterschied zu Astar ist, dass er halt keine Flächenfähigkeiten hat. Macht mit der ersten Fähigkeit auch recht guten Schaden, zumindest wirkt das hier in den Dungeons so. Wir werden nachher nochmal sehen im Vergleich zu anderen Monstern, ob das wirklich so gut ist, der Schaden, den wir jetzt gerade auf der ersten Fähigkeit haben. Und jetzt sind wir am Boss und was hier eigentlich gar nicht so schlecht ist, dass der Sukuna rübergezogen wird und dann quasi das Monster angreift, was Licht-Tank sowieso ist. Also was Dunkelherz-Monster tanken kann, in dem Fall Schaman. Also hier hat er erstmal schon mal ein gutes Monster dargestellt, was rübergezogen werden kann. Jetzt gucken wir mal, was er hier auch so an Schaden macht am Boss selber. Ja, okay, das war jetzt auch nicht. Das ist ungefähr der Schaden, den auch die erste Fähigkeit von dem Schaman gemacht hat. Natürlich immer in Kombination mit dem Schaman passiv. Und dann sehen wir jetzt so, gut, der hat so gevioprockt und jetzt macht Schaman hier die Lichter aus, zumindest das erste Mal für den Necroboss. Und zumindest haben wir nochmal recht viele Multi-Hits dabei, die der Sukuna hier mitbringen kann. Und nochmal den Defense Break haben wir jetzt hier an der Stelle gesehen. Also selbst wenn jetzt der Damage nicht gereicht hätte, hat man nochmal ein weiteres Fallnetz mit Sukuna, um hier sozusagen den weiteren Defense Break und Multi-Hits zu schaffen. 1,14 war jetzt dieser Dungeon Run. Ich habe das Ganze mal noch weiter aufgenommen und mehrere Dungeon Runs laufen lassen, um mal zu gucken, wie schnell das Ganze noch werden kann. Und das gucken wir uns jetzt an. So, und am Ende des Ganzen sah es dann hier so aus, dass die durchschnittliche Abschlusszeit mit diesem Team jetzt so bei 1 Minute 10 liegt. Beste Abschlusszeit war 48 Sekunden sogar. Das ist gar nicht so verkehrt, also da muss wirklich alles funktioniert haben, vielleicht auch mal die Videoprocks reingespielt, je nachdem. Das wäre zumindest ein Anwendungsgebiet, wenn ihr jetzt auf der Suche seid, okay, wo kann man den Sukuna überhaupt benutzen? Das Nekro. Gucken wir jetzt mal weiter. PvE-Content, ich glaube viel mehr Drachen, Riesen, viel zu viele Multi-Hits für den Riesen. Im Drachen macht er zu wenig Damage wahrscheinlich. Und in allen anderen Content-Bereichen würde ich ihn jetzt eigentlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht sehen. Deswegen habe ich jetzt nur den Nekro-Bereich ausgetestet. Wir gehen jetzt mal weiter in die Arena und gucken mal, was sein Damage so macht, wenn wir ihm das richtige Setup geben vielleicht. Und da würde ich sagen, starten wir mal rein. In der Arena dachte ich mir jetzt, okay, wir probieren mal. Sukuna hat eine 38er Crit-Rate-Lead für Dunkel. Also, okay, versuchen wir es mit zwei Dunkel-Damage-Dealer an. Vielleicht auch mit einem, den ihr haben könntet, Isabel. War die nicht auch mal Halle der Helden? Ich meine. Und dann habe ich jetzt einfach mal einen Klassiker gemacht mit Tiana Gallion. Einen klassischen Strip und einen Defense-Break und Attack-Buff. Und wir können dann 38 Crit-Rate reduzieren von Sukuna, dass er nicht auf 100 Crit-Rate sein muss, um noch mehr Damage zu pushen. Gucken wir uns das mal an, wie ich das Ganze geruhnt habe. Tiana hier wieder auf Speed, Crit, Damage und Attack. Das heißt, so als gleichzeitigen Damage-Tealer noch mit geruhnt. Und dann haben wir hier den Gallion Speed, Defense, ACC, also vor allem schnell sein und genug Genauigkeit haben. Dann Sukuna, den habe ich jetzt runtergenommen von dem Standard-Bild, den wir gerade gesehen haben, auf Gewalt. Sondern jetzt halt für die Arena-Offense. Und damit der Speed-Tuned ist zu der Tiana, muss er schnell sein, den entsprechenden Crit-Rate, Crit-Damage und Attack-Wert haben. Das heißt, der Attack, Crit-Damage und Attack hat der jetzt hier, also Attack-Prozent-Werte. Auf den Artefakten, das habe ich jetzt nicht gezeigt, habe ich zusätzlichen Schaden rund um Attack mit draufgeschmissen. Weil der ja so viel Multi-Hit mit der zweiten Fähigkeit. Das ist so ein bisschen die Idee gewesen. Dann hier bei Isabelle, die ist jetzt auf dem Zorn-Set, Attack, Crit-Damage und Attack. Auch wieder so schnell wie geht. Wenn ihr die nicht so schnell bekommt mit einer Attack-Prozent-Slot 2, dann halt mit einer Speed. Und die kann ja auch deutlich weniger Crit-Rate bekommen. Also ich habe es nicht geschafft, sie auf noch viel weniger Crit-Rate zu packen. Weil sie, glaube ich, auch schon direkt vom Start 30 Crit-Rate hat. Und eigentlich braucht sie, glaube ich, nur 32, wenn du mit der 38er Darkness-Lead spielst. Und die zweite Fähigkeit, die ihr selber Crit-Rate braucht. Also Isabelle, ihr seht schon, ich erzähle viel mehr über Isabelle als über Sukuna. Lass uns mal reingehen und gucken, wie das Ganze so funktioniert hat. Ja, und dann direkt rein in die Defense, die wir da gerade auch gesehen haben. Das ist meine Defense. Ich kann euch gerade mal kurz die Werte von dem Björk-Chul einblenden, den wir da jetzt gleich angreifen werden. Also da ist einiges an Fleisch da, was erstmal zerstört werden muss hier. Und jetzt ist die Frage schafft, dass der Sukuna, und da gucken wir mal rein. Zack, wir sehen bis zu 6000er Hits. Aber wir sehen auch, dass der Björk-Chul da völlig unbeeindruckt ist und einfach noch mit einem dritten Leben stehen bleibt. Also da ist der Schaden jetzt von Sukuna nicht so doll gewesen zum One-Shotten. Schade. Gucken wir mal, was macht die Isabelle jetzt gleichzeitig daneben. Die kann sich jetzt ja, obwohl jetzt die Juno zwischengekallert ist, nochmal einen Attack-Buff geben. Und zack, drauf auf die, die hat es weggemacht mit der ersten Fähigkeit 34.000. Alleine mit der ersten Fähigkeit und dem Attack-Buff auf den Björk-Chul. Das hat geschallert. Deutlich, deutlich mehr, als das vielleicht sogar mit dem Sukuna möglich war. Gut, den Rest muss man sich jetzt glaube ich nicht angucken. Die wichtigen Sachen haben wir gesehen. Ich gebe mal eine andere Defense rein. Also Björk-Chul-Defenses mit Sukuna eher nicht. Also das ist es eher nicht. Dementsprechend gucken wir mal rein und ich habe mal was anderes rausgesucht. Als zweite Defense habe ich mir jetzt überlegt, okay, gucken wir mal in eine Ambelio-Defense rein. Die kann ja auch recht toxisch sein, aber vielleicht kriegen wir den Ambelio eher gelegt als diesen Björk-Chul. Und können damit jetzt sozusagen deutlich mehr Schaden machen. Hier gehen wir jetzt rein. Ihr seht schon mit Sukuna. Ich pausiere mal das Ganze. Also wir haben 6800 Damage hier ungefähr pro Hit gemacht in der Spitze. Und jetzt mit Isabel können wir dann wieder sozusagen zweimal töten. Das ist glaube ich nicht so verkehrt. Isabel hier also sehr verlässlich. Wirkt auch teilweise schon ein bisschen sinnvoller hier als Sukuna. Für mich gucken wir mal, ob das Ganze jetzt wieder durchgeht. Erste Fähigkeit von Sukuna macht hier ohne Setup 9700. Wir werden gleich auch mal so einen kleinen Damage-Vergleich sehen zum Ende, wo die Stella dann sozusagen auf einem Defense Break hittet und der Sukuna auch. Dann hat man die beiden Monster direkt mal im Vergleich. Das heißt, wir müssen uns den nochmal gleich angucken. Deswegen 25.000 auf Defense Break und jetzt, glaube ich, kommt nochmal der, genau, jetzt kommt nochmal die erste und das sind 15.000. So war das, genau. Also ohne Defense Break macht die Isabel hier 10 mit 15 und er macht auf dem Defense Break 25.000. Das ist, obwohl sie auf einem Rage-Set ist, macht er hier deutlich mehr Schaden. Das ist schon mal nicht so verkehrt, würde ich sagen. Ich gucke jetzt mal und habe jetzt gesagt, okay, der erinnert mich so ein bisschen von seinem Skills an ein anderes Monster und wir testen dieses andere Monster mal, was kein Net5 ist und schauen mal, wie dieses Monster im Vergleich zu Sukuna sich so schlägt. Ich meine, die Offenses haben jetzt hier funktioniert, ja, aber das kann auch mit den entsprechenden Videoprocks der gegnerischen Monster mal ganz anders aussehen. Deswegen wäre es schon schön, wenn der irgendwie noch ein bisschen mehr könnte. Und dieses mehr könnte habe ich jetzt mal anders simuliert mit einem anderen Monster. So, und das andere Monster, was ich jetzt mal so ein bisschen in ähnlicher Form probiert habe, weil die auch ziemlich ähnliche Spells hat, ist die Assassinen Wasser, Stella. Stella hat auf der dritten Fähigkeit auch einen Multi-Hit und der ist sogar richtig, richtig gut. Deswegen dachte ich, vergleichen wir die einfach mal mit ein bisschen, um mal so zu sehen, was kann er dieses Vier-Sterne-Monster. Stella ist hier sogar auf Speed-Crit-Damage-Attack gebaut, auch auf dem Swift-Build. Wir hatten ja gerade Sukuna gesehen auf Attack-Crit-Damage-Attack. Der hat deutlich mehr Attack gehabt, der Sukuna. Allerdings, Stella muss hier ein bisschen auf Tempo, damit die dritte Fähigkeit bis zu sieben Hits auslöst. Wir testen jetzt das Ganze, was das vom Damage her macht. Zur Erinnerung, Sukuna hat auf der Multi-Hit-Fähigkeit bis zu 6800 Schaden gemacht. Gucken wir mal, ob Stella das toppen kann. Also wieder rein in die gleiche Defense. Jetzt hat uns leider der Galleon so ein bisschen verkauft, was den Defense-Breaker angeht. Allerdings, der Vorteil, den Sukuna hat, den hat Stella hier natürlich nicht, ist, Sukuna kann egal welches Monster angreifen. Wir hätten auch gar nicht Byung-Chul angegriffen hier, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Stella halt Wassermonster ist und Elementenachteil hat gegen Wind. Aber wir hätten hier auf jeden Fall eins der beiden Feuermonster gehittet. Und dementsprechend auch die Juno, zu der Fähigkeit Klingentanz des Todes vielleicht nochmal, die kann ja Angriffsbalken auch absorbieren, also den Gegner klauen, sich geben. Dann bis zu sieben Treffer auslösen und wenn du damit tötest, kriegst du den kompletten Kodon zurück. Das ist sehr, sehr nützlich. Gerade auch beides in Kombination, Angriffsleisten, Absorb und Kodon zurückbekommt für eine dritte Fähigkeit ziemlich heftig. Gucken wir mal den Damage jetzt an, weil schadenstechnisch, wir erinnern uns, Sukuna hatte bis zu 6800 Schaden gemacht pro Hit. Und gucken wir mal, was Stella so macht. Mit gleichem Setup, rauf auf das Feuermonster und das sind hier bis zu 10.000 Damage pro Hit und jedes Mal Attackleiste verringern. Seht ihr das? Das heißt, diese Attackleistenverringerung bedeutet auch, dass jetzt Stella, wir gucken auf den Angriffsbalken von Stella, den hat wieder komplett voll hart. Das ist ziemlich nützlich, werden wir gleich noch sehen. Zweite Fähigkeit jetzt wieder drauf auf die andere Assassine, die tötet jetzt die Vanessa raus, kriegt die Runde, macht die Juno weg. Und zack, sehen wir hier, dass das jetzt erstmal richtig gut aussieht. Byung-Chul kattet jetzt zwischen, weil der einfach von den Speed Hicks her jetzt mal langsam dran sein musste. Wir sehen, die Kamilla hat noch den Defense Break drauf und jetzt können wir die Stella dafür nutzen und sagen, let's go nochmal Klingentanz des Todes. Und zur Erinnerung, die hat jetzt wieder getötet, hat wieder voll den Angriffsbalken und kann jetzt theoretisch wieder die dritte Fähigkeit benutzen. Das alles kann Sukuna nicht. Also das ist halt, dieses Monster ist ein Vier-Sterne-Monster, hat eine Lead und diese ganzen Fähigkeiten, die ich gerade schon beschrieben hatte. Gut, auf dem Windmonster, wie jetzt natürlich Byung-Chul macht das dann halt entsprechend wenig. Aber der Vergleich, also ihr habt jetzt viel gesehen, wie Sukuna funktioniert hat. Aber ihr seht auch, mit einem anderen Monster kann man auf einmal auch noch viel mehr machen. Und das sind Vier-Sterne-Monster. Also es ist halt, weiß ich nicht, wie gut hier Sukuna wirklich ist. Und den Damage-Test-Vergleich gegen eine Stella hat er leider auch verloren, aus meiner Sicht. Also da müssten zahlentechnisch noch ein bisschen was nach oben geschoben werden, bei Sukuna aus meiner Sicht. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Utility rein in die Fähigkeiten. Also wenn ich sehe, wie viele Fähigkeiten hier noch diese Stella hat, zusätzlich, dass Sukuna das alles nicht hat, für mich ein Rätsel. Gucken wir mal außerhalb der Arena jetzt noch mal ein bisschen in die Welt-Arena rein, ob es da nicht für längere Kämpfe reicht. Weil wir haben ja auch noch ein Passiv von Sukuna. Oder vielleicht ist es der ja in längeren Kämpfen, dass der gar nicht so dieses Snipe-Monster ist, so wie ich sie jetzt benutzt habe. Schauen wir da mal rein. In der Welt-Arena habe ich jetzt dieses Replay hier gefunden, mit einem Laika als letzten Pick sozusagen. Und dann hat er darauf geantwortet mit Sukuna. Fand ich eine coole Idee. Dachte ich, ja, gegen so Multi-Hits ist ja Laika sehr anfällig. Also warum nicht Sukuna reinpicken? Ich meine, na gut, man hätte auch eine Stella reinpicken. Aber warum nicht Sukuna reinpicken? Und das schauen wir uns doch mal ein bisschen genauer an. Wie läuft das denn hier so ab? Hier natürlich auch wichtig, der Ouedong, der Licht-Dockebi-Lord, kann ja auch den Crit-Damage noch nach oben ziehen. Also dass du hier den Sukuna, mit Sukuna hier den Laika aus dem Leben scheppern kannst. Durchaus wahrscheinlich, wenn das Team da oben alles richtig gebaut ist, dass die alle hintereinander auch angreifen. Defense-Break sogar drauf. Jetzt sollte es möglich sein. Okay, gut, der Sukuna ist einfach nicht schnell genug. Das ist blöd. Das ist eher spielerisches Verschulden, würde ich sagen. Und jetzt hast du auch das Problem, dass jetzt Chandra den Gegner hier auch noch hackt. Also das heißt, nochmals zusätzlich Protected. Und das Blöde ist jetzt bei der zweiten Fähigkeit bei Sukuna, dass wir jetzt hier entsprechend nicht das Ganze ignorieren können. Wir kriegen jetzt auch noch die Unterdrückung drauf. Er nutzt trotzdem die zweite Fähigkeit, geht dadurch halb HP. Und wir gucken mal jetzt ein bisschen auf die HP-Sachen. Also hier natürlich, wir kommen da nicht durch. Alles widerstanden logischerweise. Wir gucken jetzt ein bisschen auf die HP von Sukuna. Kickt denn der Passiv jetzt bald mal, wenn er wieder eine Runde bekommt? Weil dann ist es ja immer so, dass die HP sozusagen auf die HP der vorherigen Runde zurück ausgeglichen werden. Schauen wir mal, wenn Sukuna wieder eine Runde bekommt. Jetzt ist er erstmal tot. Gut, ob das so richtig viel ausmacht. Und ihr seht, wenn der hier früher gefokust wird, dann ist da nicht so viel. Jetzt geht da ein bisschen die HP wieder zurück. Weiß nicht. Also ich glaube, es wäre auch nicht super OP gewesen, wenn man gesagt hätte, Sukuna kriegt mit der Runde wieder Full-HP. Egal was ist. Also wenn er unter 30% fällt, dass er wieder Full-HP bekommt. Das wäre, glaube ich, auch besser als das da. Ja, weil wenn der Gegner halt weiß, okay, ich lasse ihn einfach die ganze Zeit auf Low-HP und er kriegt die Low-HP der Vorrunde. Na ja, gut, das bringt der dann auch recht wenig. Erste Fähigkeit wieder drauf, jetzt auf das Aumiyoji. Ja, aber ihr seht auch hier in der Welt-Arena, gut, es ist wieder Pech, dass die jetzt hier nicht gestrippt hat. Aber also richtig überzeugt hat er mich nicht, ne? Also so gar nicht. Also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber so als LD-Net5 und wir haben ja mittlerweile, wir haben ja mittlerweile, ich pausier das jetzt mal hier, ihr müsst euch da nicht mehr angucken. Wir haben ja auch den Dock über die Leute in Dunkel als Free-to-Play-LD-Net5. Wir haben Vero Morse als Free-to-Play-LD-Net5. Can als Free-to-Play-LD-Net5, die Paladinen und auch die ganzen anderen Collabo-Charaktere. Wobei man muss dazu sagen, das sind keine LD-Net5s immer. Aber zwischen den LD-Net5s macht er echt keinen guten Eindruck derzeit. Von allem ein bisschen zu wenig kommt, Toast. Das bitte buffen, bitte buffen, Zahlen nach oben schrauben und mehr Utility rein. Dann könnte er gut sein. Derzeit nutzbar, denke ich, trotzdem im Necro-Bereich. Allerdings, wenn ihr eine Astar habt, dann nutzt Astar. Die ist wahrscheinlich, macht das Ganze noch ein bisschen schneller. So wird erstmal dazu, wenn ihr jetzt ein bisschen zu viel von diesem schlechten LD-Net5 gesehen habt, dann kann ich euch nochmal einladen zu einem weiteren Video. Nämlich, wir hatten letztens das Vergnügen, beim guten Chefgott auf dem Account zu sein und dort ein wenig einen kompletten LD-Draft zu spielen. Hier in der Weltarena, wenn ihr darauf Bock habt und mal sehen wollt, wie gute LD-Net5s aussehen, dann lade ich euch ein, den Link oben rechts zu klicken. Und da verlinke ich euch das Ganze nochmal in der Infobox, dass ihr zu diesem Video gelangt. Ansonsten den Daumen auf dem Video nicht vergessen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann, ciao.